Liebe Gastrointeressierte Damen und Herren, herzlich willkommen zur vierten Ausgabe «Best, dass wir das Gastro bewegt» in diesem Jahr. Die Gastronomen unter Ihnen können heute speziell profitieren. Heute geht es um den bewussten Umgang mit Lebensmitteln. Und das kann direkte Auswirkungen auf Ihres Portemonnais haben. Bewusst gegen Verlust, wie die Reduktion von Lebensmittelabfällen den Gastronomen barer Münze sparen kann. Biomilch macht fit im Zweg, wie eine Studie der Newcastle Universität beweist, dass Bio-Lebensmittel gesünder sind. Frisch auf den Tisch – wie im Restaurant Gärtnerei der Trendbegriff Nachhaltigkeit tagtäglich in der Küche umgesetzt wird. Innovative Gastronomen setzen mittlerweile fast alle auf Nachhaltigkeit und gute Produkte. Es gibt allerdings einen Aspekt, den viele Gastwirten optimieren können. Und zwar den sorgfältigen Umgang mit Lebensmittelabfällen. Das dient nicht nur unserer Umwelt. Direkt neben dem Bahnhof Bern hat die Food Waste Consulting GmbH ihren Sitz. Ein Projekt von Geschäftsleiter Markus Hurschler und seinem Team ist United Against Waste. Wir sind eine Brancheninitiative. Und zwar eine Brancheninitiative mit vor allem einem Ziel. Und das ist Lebensmittelabfallreduzierung. Unsere Mitglieder sind aus der ganzen Branche vom Ausserhauskonsum, aus der Gastronomie, aus dem Handel, aus der Produktion, also entlang der ganzen Wertschöpfungskette. Die Reduktion von Lebensmittelabfällen – ein Aufwand, der sich lohnt. Unsere Initiative vernetzt unsere Mitglieder und Partner, also die ganze Branche, auf dem Thema Lebensmittelabfälle, damit wir innovative Lösungen finden können, zum Abfall reduzieren. Das hat verschiedenste Vorteile. Man kann das Thema kommunizieren an Gästen, Partnern und Kunden. Das ist ein sehr aktuelles Thema. Aber man kann auch Kosten sparen, weil man eben weniger Abfall produziert und gute, innovative Lösungen findet. Viele Gastronomen scheuen sich, das Thema anzugehen. Dabei bietet United Against Waste sogar spielerische Möglichkeiten, die Lebensmittelabfallreduktion im eigenen Betrieb klarer unter die Lupe zu nehmen. Eins von unseren beliebtesten Angeboten ist unsere Software zum Messen von Lebensmittelabfall. Sie kommt zusammen mit einem Beratungsangebot. Es sieht folgendermass aus, dass man ein Tablet bekommt im Betrieb für einen Monat. Da erhält man tagtäglich die Lebensmittelabfall sehr detailliert. Am Ende des Monats schaut man das zusammen mit dem Berater an und sieht dann, wo genau ich was machen kann, um den Lebensmittelabfall zu reduzieren und entsprechend den Prozess so zu optimieren. Corinne Welty und Markus Hurschler haben mittlerweile viele Erfahrungswerte. Und diese zeigen, nicht nur die Umwelt profitiert von der Reduktion der Lebensmittelabfälle. Auch die Gastronomen erzielen einen klaren Gewinn damit. Im eigenen Portemonnaie. Die Erfahrung aus unseren Beratungen zeigt, dass sie rund ein Viertel von ihren Lebensmittelabfällen einsparen können. Das hat natürlich grosses Sparpotenzial. Wir haben ein Betrieb, ein Beispielbetrieb, ein Hotel, das pro Tag rund 170 Menüs rausgibt. Und sie sparen jetzt 3'000 Franken im Monat. United Against Waste lohnt sich und schafft für Umwelt und Betriebe eine für wahr klassische Win-Win-Situation. Was die Gastronomie-Szene Süßner bewegt, das sehen Sie jetzt. Bio macht glücklich. Das ist jetzt auch bewiesen. Eine britische Studie der Newcastle University zeigt, Bio-Fleisch und Milch haben ein deutlich besseres Profil an wichtigen Fettsäuren. Sterne machen glücklich. Das Restaurant Gourmetstübli im Hotel Seehof in Davos Dorf hat von Michelin einen Stern verliehen bekommen. Das Gourmetstübli war bereits für den Best of Swiss Gastro Award 2016 in der Kategorie Fine Dining nominiert. Essen macht glücklich. Zürich bekommt ein neues Food Festival. Zürich Tourismus will das bereits bestehende Festival Il Tavolo 2016 weiter ausbauen. Bis zu 100'000 Besucher sollen daran teilnehmen können. Ein Betrieb, der nachhaltig wirtschaftet, nur auf frische Produkte setzt und zu allem anderen noch sorgfältig mit dem Lebensmittelabfall umgeht? Ja, ein wahrer Vorzeigebetrieb. Das bewies der Sieger vom Best of Swiss Gastro Award On The Move. Frisch, frischer, Gärtnerei. Das Gastro-Konzept des Restaurants Gärtnerei in Zürich hat Kunden im Visier, die auf Gesundes und Knackiges stehen. Alle Zutaten werden tagesfrisch zubereitet von Mitarbeitern, die Enjoy Your Meal ehrlich meinen. Genauso ehrlich wie der Umgang mit dem Credo der Nachhaltigkeit. Ich denke dadurch, dass es alles frische Zutaten sind, mehr oder weniger quasi direkt vom Feld in die Gärtnerei, das ist für mich schon sehr ein grosser, nachhaltiger Punkt. Viele, quasi überall, wo es möglich ist, nehmen wir Zutaten von der Schweiz und achten da auch auf Saisonaligkeit, gerade mit unserem Monatsalat zum Beispiel. Oder natürlich mit den Tagessuppenen. Die Nachhaltigkeit geht weiter in so wenig Wegwürfe wie möglich zu generieren. Also, falls wir ein Sandwich nicht verkaufen, kommt bei uns die Essbar vorbei und holt sie ab, um sie am nächsten Tag in ihren Lokalitäten wieder zu verkaufen zu können. Unsere Take-away-Verpackungen sind 100% biologisch abbaubar. Also, wir versuchen, auf allen Ebenen einfach ein bisschen Nachhaltigkeit reinzubringen, auf jeden Fall. Die Gärtnerei ist ein junges Restaurant. Seit 2013 bereichert das Lokal das Gastroangebot in der Limmatstadt. Das frische Angebot kommt nicht nur bei der zahlungskräftigen Zürcher Kundschaft gut an. Die Gärtnerei ist auf Expansionskurs. Vergebens fahndet man hier nach chemischen Zusatzstoffen wie Haltbarkeitsmachern oder Geschmacksverstärkern. Ausschliesslich tagesfrisches von Mutter Natur wird hier verarbeitet und angeboten. Betriebswirtschaftlich gesehen ein zusätzliches Risiko. Alle unsere Lieferanten, ob es jetzt der Bäcker ist oder der Eierlieferant oder das ganze Gemüselieferige, kommen jetzt täglich bei uns vorbei, bringen uns täglich die frischen Produkte. Aber nicht nur auf die Weiterverarbeitung der eingehenden Lebensmittel wird großen Wert gelegt. Verantwortungsvoll ist auch der Umgang mit Zutaten und Produkten, die es bis zum Feierabend nicht über den Ladentisch geschafft haben. Einen Kügel für die glücklichen Schweine ist in dieser Küche fehl am Platz. Es mag an dieser Stelle nur wenig überraschen, dass dieser Betrieb als Best-of-Swiss-Gastro-Award-Sieger in der Kategorie One-The-Move hervorgegangen ist. Und das, nachdem das Gärtnereiteam nicht einmal ernsthaft an eine Nominierung geglaubt hatte. Es war für uns das erste Mal, dass wir an so einer Award-Show überhaupt dabei gewesen sind. Und dann fängt plötzlich die Lobesrede in der Kategorie One-The-Move an. Und sie redet von der Suppe kochen, Salatsauce mischen, von der netten Bedienung auf Augenhöhe. Und wir haben uns nur noch angeschaut und gedacht, oh mein Gott, das ist die Gärtnerei. Es ist einfach eine genaue Beschreibung der Gärtnerei. Und so ist es dann auch gewesen. Und entsprechend ist die Freude einfach riesig zu sein. Wirklich ziemlich unerwartet. Und ich glaube, den Moment mir vergessen, wo wir den Award haben können, entgegennehmen. Freude herrscht, nicht nur in der Gärtnerei, sondern auch bei uns, nämlich, dass es uns immer wieder gelingt, Emotionen auszulösen. Wir hoffen, dass auch Sie von dieser Gastro-Sendung ein bisschen profitiert und vielleicht sogar etwas gelernt haben. Mehr Informationen finden Sie natürlich wie immer auf unserer Website. In zwei Wochen sind wir wieder für Sie da. Unterdessen eine schöne Zeit und auf Wiedersehen miteinander.